jo leute herzlich willkommen zu einer neuen folge rocket league wieder dabei ist der marcel hallo und diesmal ein 3 was ist 3 diesmal hat jeder zwei bots ein bot gut dass du gehalten hast die erste verteidigung diesmal hat jeder zwei bots ein bot wie wir sehen ist meine skill wieder richtig geil heute wie sieht die map voll komisch aus bei mir ich sie zuvor sie zu verschwommen aus nein ja ha 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 easy meine vorlage alter so muss das christian schön und dann ist er daneben gesprungen ja weshalb ich den nicht rein gemacht habe ich mich gerade sie rein weil du schlecht ist die map sieht echt mega komisch aus bei mir und die lenken gerade alle rum irgendwie ja weil gerade zwei neue spiele reingekommen sind weil beide bots gerade raus sind das heißt jetzt keine bots mehr dabei wow oh er habe ich so wie ich habe ich da nichts für bekommen hat doch jetzt ja das kam voll spät an alle anderen vorbei alter was ist hier los alter was machst du denn da ich bringe den ball in die mitte ich sehe es ja den hat der typ weg gehauen ha ich bin geblockt alter scheiße ja ich war da ich habe ihn ich mache gerade nur bullshit alter ja ich kann wie das pass auf ja durch meine vorlagen hast du gesehen wie ich das gecaviert habe ja nicht so dass ich ihn gehalten habe meine vorlage meine vorlage macht was daraus jungs ok ich mache was draus safe call siehst du warst nicht du aber klar war ich das guck es dir an wie schön schön sein bild ist wunderschön so zum bitte rein auf das bild dass man das bild sieht in der aufnahme in dem moment das ist bestimmt gar nicht pixig oder so ja und ist doch egal bearbeitungsskills sind da wahrscheinlich machst du es eh nicht vielleicht wenn ich es nicht vergesse vorlage für deinen falldruckzieher auch ja da habe ich auch dran gedacht aber irgendwie wollte er gar kein falldruckzieher machen jetzt für dich warum trinkst du denn weg weil die kamera so weit oben war nichts gesehen wohohohoho in letzter sekunde gesafe wie warum hast du mich gerammt habe ich nicht du warst da wow was ist das denn alle fahren weg ey ich wurde weggekickt ach ja oh jetzt mach ihn rein oh ich will auch endlich mal ein tor machen ey das warst schon wieder nicht du aber gut ich fliege einfach so behindert rum ey das ist doch gut glaub ich oder so Leute wo seid ihr hast du rausgeflogen ne einer von denen ist rausgegangen hä die können das noch gewinnen alter ist so das ist noch ne ganze minute so guck mal und jetzt mach ich ein eigentor das war aber natürlich nur show weißt du weil ich jetzt den konter ansetze damit ich ein tor machen kann scheiße genau kannst du mal aufhören mich zu pushen ach verdammt er macht doch bock ey das ist so richtig schlechtes gameplay ey das ist qualitativ hochwertig das ist schlechter als bronze ey also schlechter als das gameplay bei pete smith kann es nicht sein ja warum sind die noch schlechter oder was hast du dir mal ein rocket league part bei denen angeguckt das ist peinlich ja ich könnte zu pete smith dazugehören quasi ja als wenn es das rocket league angeht oh leck das gerade ey nein den wollte ich doch noch rein machen easy so muss das naja ich habe das tor freigehalten ne also wenigstens habe ich etwas in meinem leben geschafft wir sind alle sehr stolz auf dich schade der gg gg würde ich sagen und ich würde sagen wir sind das nächste mal ist dann